Hallo und Willkommen zurück bei 70's Sky mit Anduin und meiner Willenigkeit mit der Tibra. Ich bin gerade dabei, Armor Crafting, also für eine Rüstung zu machen. Ja, Tag 21 rückt näher, die rüsten gerade auf. Irgendwo ist da eine Schreierin. Wir werden mal versuchen da rauszuschleichen. Ich zieh mir mal meine Armor an, was ich halt schon kann. Wo sollt ihr das denn hinlegen? Wo ist die Rüstungsteile? Einfach mal in eine Kiste rein, ich bin schon hier rosten. Ja, ich bin mir sicher, die Kreischein sieht mich wieder, bevor ich sie sehe. Ich komm gleich. Ja, Tibra hat vorher unsere Rampen zu verschönern, quasi. Sicherer zu machen. Aha, es wird lauter. Da ist sie nicht. So. Was ist da schon fertig? Die versucht da glaube ich doch das Gebäude da irgendwie. Ja, dass die schon wieder im Gebäude ist, ne? Kann ich jetzt zurücklegen? Wo soll man auch? Ja, das sind die Geräusche die ich liebe. Ja, einen Dachgarten habe ich auch vor. Endlich. Meine Lieblingsbeschäftiger. Ehe. Und jetzt. Ja, ich bin schon. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Ja, da kommt gerade eine Wanderhorde aus Nordosten! Juhu! Ah ja! So, ich bin hier nochmal vor. Ich sehe sie. Ja, ich werde da mal runterkabbeln. So passt. Okay! Upsi! Ja, und ich würde gerne den Tag nutzen, um die nächsten zwei Rampen aufzubauen. Jede Menge Zombies. Echt? Ja, stimmt. Ja, die trifft's nicht. Sie trifft's immer, da trifft's gleich. Ja, die kamen alle. So, erhoffen schon mit X. Ja. So. Wo sind sie denn da hin? Ah, da drüben weiter, okay. Jetzt haben wir hier an. Ah, okay, die tragen das Nachbargebäude ab, ist auch okay. Aha, wie sind die da rauf gekommen? Ja, frage mich nicht. Ach so, die hat da ein Loch geschlagen und wandert praktisch auf dem Zeug da immer wieder nach oben. So. So. Das will ich. So. Ich habe auch ein bisschen, äh... ähm, zum Ausfüllen der Löcher im Asphalt. Ähm... Also generell, glaube ich, haben wir seit der letzten Aufnahme, hat sie einiges getan. Mhm. Ähm, das Haus ist soweit fertig. Außen waren und so weiter. Ich glaube nämlich, das war beim letzten Mal noch nicht. Wir haben auch schon ein bisschen begonnen. Mit unserer Mine. Die Mine. So. Die Mine. Die Mine, ja. So, zwei war es. Und... Ja, ähm, da kannst du das anbringen. Wo du jetzt stehst, auf der anderen Seite nicht. Also... Ah, okay, ja. Und bei der anderen Rampe genauso. Auf der Seite Richtung Süden. Ja. Auf der Seite Richtung Norden noch nicht. Ah, da soll ja dieses... Ich verleg' gerade nur, wie ich das Giptor mit dem Drehen... ...reinkommen. Ah, ja. So, jetzt bauen wir es jetzt einmal Pursorisch. Ich weiß nicht, was stimmt mit dem Server, wenn er bei mir ruckelt ist. Ähm... Wo bin ich? Da... ...ziemlich heftigst. Okay. Nicht gut. Ah. So, okay. Äh, drei Reihen. Ja, ja. Drei Reihen passt. Sollte passen. So, dann haben wir da schon die Dings mit. Die... ...Stahlkürbe. Für Betonkürbe. Oh, irgendwo höre ich wieder Schreieren. Die hängt wahrscheinlich im Gerichtsgebäude. So, zuerst die unteren Verstärken. Gut. Dann haben wir mal die... ...beiden... ...Zugbrücken drauf. Ah, sind schon. Und... ... jetzt gilt es nur noch... ...die Rampen aufzubauen. Vier Bretzern, die immer noch hinzugrücken. Äh... Ja, ich glaube. Ja. Ja. So, und wie lange? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. 9 Blöcke haben wir in der Rampe. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. So schön, so schön. Die Rampen. Ich will nicht wissen, wie oft es hier war ein Erlauf. 9. In die Dinger, ja. Ich war ja eher sehr skeptisch. Aber ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir das anbringen. Okay. Weil sie schlagen doch immer wieder drauf. Mhm. So, dann haben wir da irgendwo einen Hammer mit. Da ist er. Ja, das ganze Zeug, was wir da momentan mit uns schleppen, da schmeißen wir ihn vorläufig da rein. Da ist ja noch immer was drinnen. Seh grad. Ja, kann ich gleich was rausnehmen. Da sind wir noch gar nicht rausgekommen. Das ist super. Da ist er raus. Okay, dann nehme ich gleich mal was mit. Oh, da drüben läuft einer. Wo? Super. Und runter. Schön. Genial. So. So. Ah, da ist noch 450er. Ach, was ist da? Da ist noch... Ja. Das zweite ist noch auch gut. Ja. Oh. 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 Ja. 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 Oder ein Teil. Warte. Ich muss gutsen. Ich muss ihn noch mit holen. Apropos Schimmatik. Ah, da ist eins. Bauplan für die Schrotflinte. Die kann sich das. Das werde ich da auch reinlegen, weil ich kann das schon. Ah, okay. Ja, mach. So. Und da. Was ist da drin? Für uns war eine längere Pause seit der letzten Aufnahme. Ja, Weihnachten ist dazwischen gekommen. Ja, genau. Wir haben uns praktisch zwischen den Feiertagen gegönnt, um mich aufzunehmen. Beziehungsweise haben wir beide Games gespielt, die wir... Ja, die Kibra, glaube ich, nimmt sich schon auf, Kräfteworld. Ja, ich nehm's auch. Ich hab dann mal unsere Spieler-Kampagne von Donklenzikos, Drickenwaldlens endlich einmal ein bisschen weitergemacht. Mhm. Das ist ja auch ein Ding, was wir gemeinsam begonnen haben und noch immer. Ja. Ähm. Ja. Alter, was baue ich bitte? Das weiß ich nicht, das kannst nur du behalten. Nein! Das steht ja komplett... Oh Gott! Ich komm schon die Hälfte ab. Das wär super jetzt. Mein Gott, nein! Ja. Ja. Da ist nix draus. Das ist so ein Schwachsinn. Ja. Ah, boofi. Gut, der hat schon. Ach Gott. Super, wir müssen Verschwendung. Ja, da kann man nichts machen. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Hm. Boah, nur. Wie viel? Echt fleißig. Vier Etagen schon. Ja, ja. Super. Boah. Das ist gar nicht toll. Wo sind die Blühnenblöcke? Boah, ich legte jetzt einfach da rein. Ja, das andere kann man verwenden. So. Na, schauen wir, was ich jetzt mal anders gemacht habe. So, so. Okay. Äh, und was ist jetzt falsch? Nein, ich hab... Ich sieh's nicht, wie breit das ist. Ja, ich seh's. Ich hab's genau auf die andere. Ich hab's genau auf die andere. Ich hab's praktisch rechts in den ersten hingestellt. Also, in der rechten Reihe von der Zugbrücke. Zugbrücke und hab dann nach rechts weitergeheilt statt nach links. Äh, ja. So. Da hab ich jetzt drei rein. Plus eins. Ähm, das zeugt auf der anderen Seite nicht. Und wo darf ich wieder? Ja. Bei der Rampe, wo's Richtung Süden. Du stehst jetzt im Norden. Ja? Ja, andere Seiten. Richtung Süden. Die Rampen haben ja gesagt, äh, machen wir zu. Dann bauen wir das für den Strom rein, ne? Ach so. Wenn wir dann einmal fallen. Aktivieren wollen. Ach so, aber die Rampe steht ja noch nicht. Okay. Und bei der Rampe Richtung Osten. Bockene Spikes anbringen. Zeitlich. Ach. Richtung Osten. Mhm. Ähm. Da muss ich hinschauen. Was weiß ich. Nein, eh, da. Ja, auf der Seite. Ja, die geht ja Richtung Osten. Ja. Aber die Südseite von der Rampe. Ach so, die Südseite. Okay. Praktisch zwischen die zwei Rampen entsteht. Da. Und die Gebäude, ja. Ah. Wenn wir da jetzt rampen. Ja, ja. Spikes hinsetzen. Ich wusste nicht, dass da Gebäude entsteht. Ich wusste, es entsteht was, aber Gebäude habe ich nicht gemusst. Naja, Gebäude. Wir müssen ja irgendwo das so entstrahlen. Mhm. So. Wohl, jetzt passt es wieder. Hm. Und das, wo du, äh, da kann ich dann auch. Auf beiden Seiten. Okay. Und die Richtung Süden ebenfalls. Da kann man auch dann auf beiden Seiten. Ja. Da kann man sogar auf der Innenseite, also die zum Gebäude hinschauen. Ja, dann machen wir das seitlich, was ich habe. Ja. 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 und jetzt machen wir das jetzt? Ja. Eins, zwei, drei, vier mehr. 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 Ja, aber die sollen wir halten. Mhm. Und dann natürlich beginnen darauf einzuschlagen. Ja. So, jetzt reißen wir das da weg, was wir unnötig... Was, da kriege ich keine Ressourcen in meinem Betonblock, Opa? Ich hab' mir schon gedacht. Ja, ist so. Zeigt's mir da unten jetzt nix an. Ich komm' gleich vorbei, endlich. Sehr merkwürdig. Nein, nein, geht, geht. Nachdem wir von der Werkzeugqualität ja gar nicht so schlecht unterwegs sind. Ich glaub' die Deepa könnte ja sogar schon mehr... 500er kann ich. Ja, genau. Ich hab' aber halt nur 450er, weil ich die noch aufbrauchen will. Ja, ich brauch' auch noch auf. Ja, aber bei einigen Teilen, also die Steinachs zum Beispiel, ist schon mal 500er da. So. Da ist sicher auch noch Gebäude drin. Irgend so lustiger. Gerichtsgebäude schon wieder. Ah, da schau her. Wenn er weich ist, lässt er sich relativ schnell abbauen. Sobald er ausgehärtet ist, wird's müßig. Okay. Zwei können weg, oder? Ja. Also dort, wo noch keine Schräge drauf ist. Gut. Gut, dann gleich als erstes, dass die, die nicht feucht sind. Mhm. Dann krieg' ich wahrscheinlich gar keine Ressourcen. Ich krieg' Steine raus. Okay. Dann zeigt's mir da unten nix an. So. Äh. Ich schau' mal ins Gerichtsgebäude rein. Ja bitte. Ich mach' da weiter. Ja, man sieht da, wir haben da schon jede Menge ausgebessert. Weil die immer wieder in den Ecken hängen bleiben vor dem Gebäude. Ja, bei den weichen Krüchen hat nix raus. Witzig. Aber schau' her. Die hat sich da schon durch die Tür geschlagen. Ja, die haben uns so lieb. Die wollen immer auf dem kürzesten Wege zu uns. Mhm. Sie vermissen uns immer. Ja, da war wirklich ein Herrinnen. Mhm. Da hör' aber noch weinen, oder? Ist das hier eine Schreierin? Mhm. 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 Ja, die schluckt ja wie unten in der Ecke. Ja, die schluckt ja wie drüber herum. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Ich hab' das mit der Wegfindung. Das ist so. Na, Alter. Die hat da schon zig Blöcke vom Stallbeton rausgerüpft. Ja. 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 Ja, da sieht man so die Ecken, wie sie sich da reinschlagen. Ich glaub' die hat man eh schon mal in der Aufnahme auch gesehen. Die haben jetzt mühsam mit Stahlbetonblöcken aufgefüllt. Ah, ok. Ich weiß wahrscheinlich am besten, wir lassen sie einfach da durch. Mhm. Irgendwann kommen sie durch. Wir haben uns drei Autobahnen zu unserer Arena. Ja. Haha. Äh. Egal. Da geht jetzt der innen da auf. Botk. So, wieder ein Ritual. Eigentlich wollte der da nichts reparieren, sondern der Rückenbohnen. Ich helfe dir ja eh, dass da... So. Mach mal. So. Alles weg. Ja, wenn's hart sind... Was? So. Hab ich was? Zwei Teile. Mhm. Mhm. Gefängnis oder wird. Haha. Ja. Ich tue das Gefängnis wie zwei Straßen weiter. Mhm. Steiner klopfen. Oh, ey da. Dann kommt noch einmal. Ja, dir geht's schnell. Also wenn's ausgekehrtend sind, ja gratuliere. Aber dafür kriegt man ja was. Mhm. Ich werde mir dann gleich... Äh. Noch eine... Meine Pickaxe. Gib den Bach runter. Ja. Ich hole ihn noch. Ich hole ihn noch. Oder ich mach neue. Äh, ich hab noch eine blaue. Eine hab ich noch. Ja. Habe ich für dich schon eine Reserve gemacht? Ja. Okay. Sag ja. Also ich arbeite jetzt mit einer und dann hab ich noch eine volle. Da hast du nur 4,50er gebaut und dann hast du erst gelabelt. Ja. Dann gehen wir mal nachliegen. Basta.